Wir sind heute hier zum ersten Mal mit dabei auf der Tiefbau live in Karlsruhe und haben einen Gemeinschaftsstand zusammen mit der Bauermaschinen, MRT und KLEM. Neben unserem Stand im Freigelände mit über 200 Quadratmetern sind wir auch mit einem Gerät auf der Musterbaustelle vertreten. Der Messetag war heute ganz gut, viele Kunden hier gewesen. Die Maschine habe ich heute gefahren und eine kleine Vorführung gemacht mit dem automatischen Drehteller. Ich bin sehr zufrieden, es waren viele Leute da, verbunden mit diesem VD-Bump-Roschentreff, Spezialtiefbau. Ich habe mich gefreut, die Leute mal wieder zu sehen. Die Gespräche waren relativ produktiv, wir konnten uns viel unterhalten, wir konnten viel in die Technik gehen auf einem hohen Niveau. Qualitativ auf jeden Fall sehr erfolgreich. Es war mal wieder schön auf einer echten Messe mit echten Menschen zu sein. Gerade im Vorfeld zu bauen, haben wir wieder ein bisschen was zu sehen, was die anderen so machen. Und auch unser Auftreten hier am Stand, muss ich echt sagen, für das, dass wir eher Randerscheinungen dieser Messe sind, absolut gelungen.